Hallo und willkommen zurück zur epischen Szene von Herdner Rieners Lütze Zeit. Karl Osten und Orten. Ja, Gondorianer. Alle Straßen Rohans führen nach Elmsklamm. Der letzten Zuflucht der stolzen Rohirren. Aragorn muss sie führen. Doch sein Weg ist steinig. Warum steinig? Tief! Na? Tod! Was wirklich? Hinter diesen Mauern ist die Zukunft Rohans starr vor Angst. Doch Aragorn lebt. Cheetah! Cheetah! Hier ist das Leben! Hexe! Sie ist eine Hexe! Verbrennt sie! Gist! Wir alle im Schatten hellen Hammerhans. Um seinen Herbe anzutreten. Oder zu fallen. Fail! Das ist zu doll. Hey, wo ist der Zwerg? Der Hammerhelm Hammerhans. Der Hammerhelm Hammerhans. Das ist erneut erschallen in der Klamm. Auf das unsere Feinde erzittern! Euer Volk hat diesen Ort vor langer Zeit für Helm erbaut. Nun kann er euch diesen Dienst danken. Wir wollten nie die Lorbeeren dafür ernten. Manche Taten bedürfen keines Dankes. Aber das war fast einfach. War was? Fast so einfach? No. Ah. Klein ausrüsten hier. Ja. Ich weiß aber auch. Okay. Und da ist noch ne Kiste. Pilze? Ja. SP! Hmm. Meh. Hm. MP3. Schauen. Nein. Das gibt's nicht mehr. Na. ję. Ich muss immer nur die die Zwerge ausführen. Axt oder Hammer? Ach ne, die Axt ist ja für das Weib, oder? Ja. Du? Ich hörte, ihr habt Gandalf nach Moria begleitet. Wie geht es euch, mein Freund? Du bist dort. Mein ist verfressen. Ich würde mal eher sagen, das ist offen. Ihr gehört, dass diese Festung noch nie gefallen ist. Und was denkt ihr wirklich? Dass wir alle fallen werden. Warum? Das ist keine Bande hirnloser Orks. Das sind U-Kai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilder brett. Und mein Schwert ist geschärft. Erinnert mich, dass ich euch nie nach Hause einlade. Lass sie kommen, wie viel stärker denn je. Die Rede mit Lasky, Grill nie. Nee, passen werden. Du wirst nun schreckliche Dinge sehen, Gondorian. Denn die Weisheit der Maya wurde missbraucht, um die Vernichtung anderer Wesen zu perfektionieren. Saruman züchtet seine eigene Armee. Und verwaffnet sie mit schrecklichen Waffen für den offenen Kampf. Er baut Rammen, Schilde und anderes Kriegsgerät, das meinen Orden beschämt. Und er bringt schreckliche Maschinen nach Mittelerde. Waffen, die deine Welt verändern werden. Saruman hofft, Roran mit einem einzigen Schlag zu zerschmettern. Dies ist die Armee, die auf die Elben und schließlich auf die Welt der Menschen hetzen wird. Dann bekamen. Es wird das Allg Luft. Dann sollte er nicht mehr hallway raushalten werden. Dann hatte du nie mehr dauerhaft Geld bei Nikolai und Rheinland-E흘co Problem jetzt live. Quälen auch für das wie die思� Crypto one, es war übersichtlich jetzt in Ordnerweise и ... groß springen sie kommen ganz meinerseits das können wir schon ausrichten wir können nicht es wird ein Blutbad geben ich fühle es es ist gelacht ist das ist ja schlimm Bauern, Hufschmiede, Stallburschen. Das sind keine Soldaten. Ganz Isengard ist geräumt. Zehntausend Kopfstark, mindestens. Ich fürchte, vor uns liegt eine bittere Schlacht. Eier in Brauch der Nacht sind sie hier. Speak with Argon. Was ist das? Ja, mein Freund, einer deiner Gefährten weiß viel über den Herrscher Gondors und seinen Willen. Sie wuchs am Hof eines Truchses auf und wurde in die Dörfer Rohans verbannt. In seiner Gier und seinem Wahnsinn wendet sich Denethor von seinem Reich und seinen Untertanen ab. Von allen Untertanen. Gondor! Wo war Gondor, als die Westfulden fiel? Wo war Gondor, als unsere Feinde den Kreis um unschlossen? Wo war Gondor? Nein, mein Herr Racher Gondor. Wir sind dabei. Die Herrschaft über Gondor ist mein! Und keines anderen! Abstand! Lehens Treue mit Liebe. Abverkeit. Ehre. Eidbruch. Mit Strafe. Stirb! Nicht zum ersten Mal verflucht Denethor seine einstigen Verbündeten. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Oh, lava, lava! Die Uruks werden bald hier sein. Wenn ihr kämpfen wollt, kommt auf den Wall. Nein, verkackt. Scheiße. Das ist kein Urkau. Fuck. Nein. Vergiss rauszurüsten. Nein, zu speichern. Nein. Fuck us. Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben und Menschen. Vor langer Zeit kämpften und starren die Seite an Seite. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Nimm die Hand weg. Nimm die Hand weg. Die Kindheit ist also ungespalt. Ja. Das wird auch alles. Gleich angriff. Gleich für die Fallhabe. Wir sind zu scheiße. Wir sind zu scheiße. Wir sind zu scheiße. Bonsai. 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 Lasst ihn uns gießen. Die stehen da und gucken zu. Das sind solche Lotion. Was? Wie sind die hochgekommen? Ja. Es ist schnell. Bam. 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 Ist das die Gwendenstelle oder was? Nein, gehts. Was? Nein, gehts. Achso, naja, gut. Daneben. Oh, was geht mit dem? Ist das automatisch immer ein Grid? Ja. Gut. Das? Ja. Na los! Da stand auch noch einer. Ne Leiter. Ah, ne Leiter. Ich verstehe. Oha. Da hat mich gehaulen. Ne, der dann hochgeht. Die Leiter würde ich hochziehen. Ja. Da kriegen wir was um und 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 und. Können sie sich ja wieder aufstellen. Nein. Nein. Nein, oder nicht. Was? Nein. Nein, oder nicht. Das sind Noobs. Kleine dreckige Noobs. Oh nee. Das haut aber nicht so rein. Das haut aber nicht so rein. Das haut aber nicht so rein. Was war das denn eigentlich ein Bogen-Typi? Ja, eigentlich ein Tatao-Schwerter. Achso. Hätte ich nie gesehen. Guck mal ganz mit ihm nicht so rein. Oh cool, oh. Alles gut. Ja, das ist weg. Oh. Oh. Oh man. Oh man. Und das ist weg. Oh man. 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 Oh man.